Wer ist die Leuch in Leichen wagen? Um wem hört man Hüpfel schreien und klagen? Als Hauptdarsteller auf der Bühne steht Theaterregisseur Dimitri Gottschew am 8. November im Schauspielhaus, in seiner Inszenierung der Hamlet-Maschine. Anschließend trägt sich Gottschew in das Goldene Buch ein und bekommt von Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz Blumen. Der Regisseur erhält an diesem Tag den Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum in der Sparte Theater.